Hallo, ich bin der Phil, Gründer der Base5 hier in Innsbruck, lebe seit mittlerweile 13 Jahren in Innsbruck und seit 8,5 Jahren haben wir die Base5 hier in Innsbruck als ganz kleines Gym angefangen mit dem Gedanken Personal Training einer breiteren Gruppe zugänglich machen zu können. Das ist letztendlich unser Gruppenkonzept entstanden vor 8,5 Jahren und mittlerweile hat sich das Ganze doch sehr stark entwickelt. Wir haben mittlerweile zwei Filialen, haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeuten, Trainingstherapeuten, Sportwissenschaftlern hier bei uns im Team und letztendlich die Base5 sind fünf Säulen. Unsere Säulen sind Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports und wir sind der Meinung, dass wenn man diese fünf Säulen in seinem Alltag integriert und lebt, beziehungsweise denen Säulen Aufmerksamkeit schenkt, dann lebt man eigentlich einen sehr, sehr gesunden und mit spaß erfüllten Alltag und mit spaß erfülltes Leben. Ja, Base5 ist im Endeffekt ein umfangreiches Projekt mit dieser Halle, die neu entstehen sollte. Base5 gibt es ja schon ein bisschen länger und die hatten die Möglichkeit eine neue Halle zu bauen und sind da in uns herangetreten und er war von Anfang an ein sehr angenehmer Kontakt, sehr reibungslos, super kurze Kommunikationswege und wir waren da von Anfang an sehr eng beieinander und haben die Halle geplant und ja, finde ich, sehr gut umgesetzt. Ja, es war von der ersten Sekunde weg super professionell, so wie es wir gedacht haben am Anfang. Also für uns war Elyco immer ein Produkt oder Produkte mit höchster Qualität. Deshalb war das auch für uns spannend, weil das auch in unserem Sinne ist und auf der Trainingsfläche und in Physioräumen, Ernährungscoaching, in allen unseren Bereichen wollen wir die höchste Qualität dann darlegen und dementsprechend war es für uns nur klar, dass wir da auf Elyco mal zugehen, mal schauen wie das Ganze abläuft und was vor allem beeindruckend war, ist wie das Ganze angegangen ist. Wir haben uns natürlich andere Angebote eingeholt von anderen Firmen, muss aber sagen, dass die eigentlich chancenlos waren von dem Ganzen, wie die Zusammenarbeit von Anfang an funktioniert hat. Besonders stolz bin ich tatsächlich natürlich auf die Halle an sich, wenn man sich das Ganze ansieht am Ende. Ich finde, dass es ein ganz tolles Ergebnis geworden ist. Zum anderen bin ich stolz darauf, was für eine super Kommunikation, was für eine super Beziehung eigentlich daraus entstanden ist. Mit Best Five zusammen haben wir jetzt auch das nächste Projekt schon angestoßen. Wie gesagt, super kurze Kommunikationswege, sehr angenehmer freundschaftlicher Kontakt und ich denke, dass da in Zukunft auch noch einiges drin sein kann und zusammen entstehen wird.